Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Der Titel lautet Monitoring mit Prometheus. Im Englischen würde man Prometheus sagen und die ganze Dokumentation und dergleichen ist auf Englisch, aber ich wähle mal die deutsche Aussprache für heute. Zunächst würde ich gerne in die Runde fragen, wer von euch denn schon irgendeine Art von Monitoring oder Alerting-System einsetzt? Das ist gut die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Gut, dann bleibt nur noch zu sagen, mein Name ist Michael Stapelberg und mit diesem Vortrag geht es folgendermaßen los. Zunächst beleuchte ich ein bisschen den Hintergrund, den ich habe, zu Prometheus. Dann machen wir gleich ganz am Anfang ein Anfang-bis-Ende-Beispiel durch. Also ein ganz kleines Go-Programm habe ich vorbereitet, welches wir mit Monitoring ausstatten werden, damit ihr einfach mal seht, wie sich die Software so anfühlt, damit ihr ein besseres Verständnis bekommt. Und erst danach werde ich euch erklären, was denn für Datentypen unterstützt werden und was Labels, Rules und Alerts und so weiter sind. Wir werden natürlich auch darauf eingehen, wie man Drittsoftware, also welche, die ihr nicht selber geschrieben habt oder selber unter Kontrolle habt, mit Monitoring ausstattet. Da gibt es die sogenannten Exporter und dann schauen wir uns ein paar Rules an und sprechen kurz über Alerting-Philosophie und dann zeige ich auch noch, wie man Dashboards zusammenstellt auf Basis von Prometheus. Zunächst zum Hintergrund. Persönlich habe ich bei Prometheus nicht signifikant mitgearbeitet. Ich habe den einen oder anderen Pull-Request tatsächlich beigesteuert, aber das ist keine Software von mir. Das ist unüblich für mich auf Konferenzen, aber ich stelle es trotzdem sehr gerne vor, einfach weil ich die Software sehr gerne mag. Jetzt muss man aber dazu sagen, Prometheus habe ich erst vor circa einem Jahr kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt gab es das schon für ein paar Jahre. Mein Hintergrund ist, dass ich nicht mit Prometheus selber sozusagen groß geworden bin, sondern es gibt Borg und Borgmon. Borg ist ein Scheduling-System bei Google, mit dem Millionen von Containern tagtäglich verwaltet werden und auf Computer verteilt werden. Wer noch nichts von Borg gehört hat, der ist herzlich dazu eingeladen, sich das Paper durchzulesen, was auf der Folie verlinkt ist. Das ist ein super Paper. Ich würde es jedem ans Herz legen. Für Borg gibt es ein Monitoring-System namens Borgmon und das funktioniert ganz ähnlich wie Prometheus. Und mit Borgmon habe ich viel Erfahrung und mit Prometheus mittlerweile auch über ein Jahr. Deswegen denke ich, dass ich in der Lage bin, diesen Vortrag zu halten. Prometheus wurde damals von Matt Proud und Julius Volz geschrieben. Die beiden hatten früher bei Google gearbeitet, sind dann aber gegangen. Und deswegen auch diese starke Ähnlichkeit. Also das ist durchaus davon inspiriert. Genauso wie beispielsweise HBase, die diese offene, verteilte Datenbankgeschichte auch von Bigtable inspiriert wurde und noch eben so weitere Open-Source-Projekte. Also Prometheus ist da ein weiteres in der Liste. Und Matt Proud ist dann aber zu Soundcloud gegangen und Julius auch. Und das Projekt ist dann quasi zu Soundcloud gekommen dadurch. Und Soundcloud entwickelt das auch weiter. Mittlerweile aber auch ein paar andere Firmen. Also Docker ist da auch recht früh auf den Zug aufgesprungen. Und es gibt jetzt Contributions von allerlei verschiedenen Firmen, die gerne Open-Source-Software benutzen und weiterentwickeln. Es ist tatsächlich sogar so, dass es einige Leute gibt in der Prometheus-Community, die mittlerweile sich da so darauf konzentriert haben, dass sie eine eigene Consulting-Firma gegründet haben und jetzt wirklich hauptberuflich Prometheus machen. Also da ist ein Haufen Momentum dahinter. Und es sieht so aus, als würde es massiv wachsen. Meiner Meinung nach ist das ganze System, also das Ökosystem Prometheus selber und die anderen Komponenten, die da mitkommen und die Sachen, die Leute so entwickeln, eine super Lösung für Monitoring und Alerting und signifikant besser als alles, was ich vorher in der Open-Source-Szene gesehen habe. Gut, um vielleicht kurz ein bisschen die Szene zu setzen sozusagen. Das Szenario, mit dem ich verstehe, wie solche Systeme funktionieren, ist, ich habe ein verteiltes System, welches aus vielen verschiedenen HTP-Servern besteht. In meinem Fall konkret ist das zum Beispiel Debian CodeSearch, was ich entwickelt habe, oder RobustRC, worüber ich schon vorhin einen Vortrag gehalten hatte. Den könnt ihr gerne nachsehen, wenn ihr ihn verpasst habt. Das sind beide Systeme, die bestehen aus verschiedenen Computern, die zu einem verteilten System zusammengefasst sind und jeder Computer hat einen Server am Laufen, der einen HTTP-Server bereitstellt. Die Motivation war jetzt, dass man den Zustand des Systems aggregieren möchte, weil man kann sich zwar bei kleinen Systemen auf jedem einzelnen Knoten einloggen und dann irgendwie schauen, so mit PS und Top und Logfiles anschauen und vielleicht sogar GDB oder sowas, was das System eigentlich gerade macht, aber sobald man eine gewisse Grenze überschreitet, ist das unhandlich, das zu machen. Also man möchte dann, um Trends zu erkennen, vielleicht lieber auf Graphen schauen. Also statt, dass man sich in sieben Computer einloggt und überall df-h eintippt, um den Festplattenbelegungszustand zu sehen, möchte man vielleicht einen Graph haben mit sieben Linien und wenn man dann sieht, eine geht nach oben, dann weiß man gleich, was da passiert ist. Damit man den Zustand des Systems so aggregieren und speichern kann, damit man ihn auch in der Vergangenheit, also die vergangenen Werte anschauen kann, gibt es diese Idee, dass man einfach Counter einfügt, also einfach Zählervariablen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich habe eine Zählervariable für HTTP-Requests, die erfolgreich waren und welche, die fehlgeschlagen sind oder eben auch Variablen, die einfach, sagen wir, den freien Festplattenspeicher enthalten und die exportiert man dann einfach über HTTP. Und den Link, den ich hier reingepackt habe, ist auf das expvar-Package, also exported variable in Go, was einfach so ein Key-Value-Format ist, was man recht leicht importieren kann und dann kriegt man sowas. Und wozu das nützlich ist, ist zum einen, um Ausfälle zu debuggen. Also man kann sich quasi interessante Informationen präparieren, speichern lassen und dann auf Wunsch abrufen. Aber auch, weil alles, was man sich selber anschauen kann und selber debuggen kann, kann man auch dem Computer beibringen, zu einem gewissen Grad, auch um Alerting zu haben bei Problemen. Also um wieder auf das Festplattenspeicherproblem zurückzukommen. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn der freie Speicher nur noch, sagen wir, weniger als ein Gigabyte ist, dann möchte ich einen Alert bekommen und dann kann mich der Computer darüber informieren. Soweit, so gut. Jetzt fangen wir also gleich mit dem Beispiel an. Wie angekündigt, was ihr hier auf der Folie seht, ist der komplette Quelltext von einem HTTP-Server in Go implementiert. Es ist nicht so wichtig, wenn ihr noch nichts mit Go gemacht habt. Ihr müsst es nicht on-detail verstehen. Das Einzige, was ich kurz illustrieren möchte, ist, es gibt hier einen HTTP-Händler für Slash-Search und was der macht, wenn er aufgerufen wird, ist, er gibt einfach Ohai aus. Danach sagt man noch, auf welchem Port der Server laufen soll und das war es dann auch schon. Und alles, was ich jetzt tun muss, um so ein simples Programm mit Prometheus-Monitoring auszustatten, ist ein bisschen Boilerplate sozusagen, also Einführung. Ich werde zunächst das Prometheus-Client-Package importieren, ganz oben, werde dann definieren, dass es hier einen neuen Counter gibt für die Queries. Also das Szenario ist jetzt, wir möchten einfach mal schauen, wie viele Queries kommen denn da so rein, pro Sekunde oder sowas. Dafür definieren wir hier diesen Counter, sagen, der Name ist Queries und geben auch einen Hilfetext an. Der Hilfetext ist tatsächlich notwendig für jede Metrik, die ihr mit Prometheus exportiert, was auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee ist, weil ihr dann einfach schon implizit Dokumentation habt, darüber zumindest auf dieser Ebene. Dann in der Init-Funktion, die von Go automatisch aufgerufen wird, bevor die Main-Funktion losläuft, registriert man die soeben angelegte Metrik mit Prometheus und in dem HTTP-Händler an sich sagt man dann einfach Queries.inc für Increment, da wird der Zähler also um 1 erhöht und zusätzlich exportiert man diese Metriken auch, indem man sagt, der Slash-Metrics-Endpoint, was eine wohl definierte URL in Prometheus ist, wird vom Prometheus-Händler abgehandelt. So, kommen wir also zur Demo. Jetzt, die Demo ist in drei Schritte unterteilt. Das erste ist Prometheus starten, dann werden wir das Target einrichten und dann die Metrik interaktiv abfragen. Was ich zuerst noch kurz mache, Entschuldigung, da mache ich mal kurz eine größere Schrift. Okay, das ist besser. Zunächst habe ich hier die Demo-Datei nochmal, nur um zu demonstrieren, dass das wirklich auch genau das ist, was ich auf der Folie hatte. Also, das habt ihr gerade schon gesehen. Wenn ich hier sage, Go Run Demo, dann gibt er keine Ausgabe, aber er läuft. Ich kann das kurz verifizieren, localhost 8080. Hier sieht man zunächst mal, Slash habe ich nicht definiert als Händler, aber wenn ich auf Slash Search gehe, dann sehe ich tatsächlich die Antwort Oh High. Jetzt interessiert es vielleicht manche schon, was passiert eigentlich, wenn ich den Metrix Endpoint im Browser aufrufe und was passiert ist, dass man hier so einen Key-Value-Format bekommt, ganz ähnlich wie das exp-var-Package, was ich am Anfang erwähnt hatte. Man sieht hier jeweils den Hilfetext, man sieht auch, dass da noch ein Type dabei ist und wenn wir jetzt hier ganz nach unten scrollen, dann sehen wir auch die Metrik, die wir gerade eben definiert hatten. Ich zoome hier mal ein bisschen rein, damit man das auch sehen kann. Hier steht also Type Counter und der Hilfetext, den wir definiert hatten und Query steht auf 1. Wenn ich jetzt also die Seite nehme und nochmal auf Search gehe, dann sieht man, dass Query jetzt hier auf 2 steht und wenn ich das noch ein paar Mal mache, dann zählt das hier schön hoch. Die ganzen anderen Metriken, die ich jetzt nicht explizit definiert habe, sind Metriken, die Prometheus einem schon automatisch zur Verfügung stellt. Das sind so Sachen wie die Anzahl an File Descriptoren, die Bytes, die belegt sind, die noch frei sind, die Anzahl an Sekunden Sekunden beziehungsweise der Unix Timestamp, wann der Prozess gestartet ist. Lauter solche Sachen, die früher oder später gegebenenfalls interessant sind. Wenn sie nicht interessant sind, kann man sie auch einfach ignorieren. So, soviel zu dem Demoprogramm und jetzt können wir Prometheus selber starten. Ich benutze sehr gerne Docker dafür, ganz einfach, weil ich mich dann um nichts kümmern muss. Also ich muss Prometheus nicht runterladen, kompilieren oder darauf warten, dass meine Distro den bekommt. Ich kann einfach direkt von Prometheus die stellen, das Docker-Paket oder den Docker-Container zur Verfügung. Den kann ich einfach starten und wie man sieht, ich hatte den schon runtergeladen und der startet dann einfach. So, soweit so gut. Den nur laufen zu lassen, bringt uns noch nicht zu viel. Ich definiere jetzt erstmal, dass er auf Port 9090 verfügbar sein soll, damit wir den auch benutzen können. So, jetzt komme ich erstmal hier auf diese Startseite. Ich klicke hier aber mal auf Status. Die gehen wir mal zuerst durch. Hier sieht man erstmal ein paar grundlegende Informationen über die Prometheus-Version, die ich jetzt am Laufen habe. Man sieht, die wurde mit Go 1.5 kompiliert, am 3.3. und so weiter. Man sieht die Konfigurationsdatei, das ist einfach die Standardkonfiguration, weil ich ja noch nichts eingestellt habe. Das machen wir gleich noch. Dann sieht man Rules, das ist leer. Man sieht Targets und Startup-Flags. Die Flags sind einfach die Kommandozeilen-Parameter nochmal hier auf der Statusseite gelistet. Und die Targets, das sind alle Endpunkte, die Prometheus kennt, die er also regelmäßig abfragt und von denen er die Metriken sich holt. Man sieht jetzt hier, dass der Standard-Endpunkt, der konfiguriert ist, Localhost 1990 ist. Das heißt also, ein Prometheus, was man einfach so aufstartet, monitort sich einfach selber erstmal standardmäßig. So, soweit so gut. Jetzt möchten wir also eine Konfigurationsdatei erstellen. Ich mache dafür hier mal ein neues Directory und gehe hier in eine Prometheus.conf. Wir klauen uns einfach mal die Standard-Konfiguration. Die funktioniert ja offensichtlich. Das ist also ein guter Startpunkt. Hauen die hier rein. Jetzt gehen wir hier wieder zurück, sagen Docker, dass temp.prom auf slash Prometheus gemappt werden soll. Und dann geben wir noch den Parameter an config.file und sagen ihm, wo er unsere Config findet. Soweit so gut. Refresh. Kommt immer noch genau das Gleiche. Soweit klar, weil wir haben ja noch nichts geändert. Jetzt gehen wir also nochmal in unser Config-File und sagen, statt Localhost nehmen wir jetzt hier die IP-Adresse von meinem Computer und sagen 8080. Da läuft ja unsere Demo. Jobname stellen wir mal der Vollständigkeit halber auch noch auf er hat Demo. Und dann sehen wir schon mal, okay, hier hat sich das geändert. Und hier unten sieht man jetzt erstmal State Unknown. Da ist noch kein Scrape-Intervall abgelaufen. Er hat also noch nicht geschaut, wie die Metriken so sind. Wenn ich jetzt refreshe, sieht man, okay, State ist auf abgegangen. Das heißt, er konnte das zum monitorenden Ziel erreichen. Er zeigt auch an, wann er da zuletzt vorbeigekommen ist. Und wenn ich da zum Beispiel einen Typo drin hätte oder der Server down wäre, dann würde hier einen Fehler stehen. Soweit so gut. Jetzt haben wir also die Konfiguration soweit parat gemacht. Und jetzt können wir hier nochmal zurückgehen auf die Seite, mit der er uns eigentlich begrüßt hat. Hier sieht man jetzt zum Beispiel dieses Expression-Feld. Da kann man einfach einen Ausdruck eingeben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ein Ausdruck kann sowas einfach sein, wie die Metrik, die wir gerade definiert haben. Und da gibt es auch dieses Dropdown-Menü hierfür, wo man die einfach alle auswählen kann. Und wenn ich jetzt hier Queries einfach eingebe, Enter drücke, dann evaluiert er das. Und man sieht hier, da hat er eine Timeseries definiert, die einfach Queries heißt und die noch ein paar Labels hat, dazu alles gleich mehr. Die steht derzeit auf dem Wert 8. Wenn wir nochmal hier zurückgehen, dann sehen wir, okay, 8, das ist genau das, wie es hier exportiert wurde. Soweit so gut. Alles wie erwartet. Man kann sich das jetzt auch als Graph anzeigen lassen. Das ist jetzt aber noch super langweilig, weil es einfach ein Datenpunkt drin und der steht auf 8. Damit wir da ein bisschen mehr sehen, refreshe ich jetzt einfach die Seiten ein paar Mal. Hier steht jetzt Queries auf 21 und jetzt kann ich hier nochmal refreshen und jetzt sieht man hier auch, okay, der Graph geht von 8 hoch auf die 21. Genau, hier sieht man es. Das Standard Scraping Intervall ist eingestellt auf alle 5 Sekunden. Das will man vielleicht anpassen, dass es mehr oder weniger wird, je nachdem, wie geschäftig die eigenen Web-Server sind. Okay. So viel erstmal dazu und ich denke, jetzt haben wir ja schon mal erstmal eine ganz gute grobe Idee, wie sich das so anfühlt und jetzt können wir uns das auch im Detail anschauen. Als Überblick würde ich vielleicht versuchen, Prometheus folgendermaßen zu definieren. Prometheus ist ein Programm, welches Metriken sammelt und daraus Time Series generiert und speichert. Das ist super nützlich für interaktive Anwendungen, zum Beispiel für Dashboards und Queries, so wie wir es gerade gemacht haben. Also man kann sich einfach einen Graph generieren lassen aus beliebigen Werten, die man vorher definiert. Man kann aber auch Alerting Rules definieren, also sowas wie automatische Queries sozusagen, die auf bestimmte, die bestimmte Vergleiche machen, zum Beispiel schauen, ob ein gewisser Schwellwert überschritten wurde und dann gibt es eine zusätzliche Komponente, die man separat noch laufen lassen muss, namens Alert Manager und Prometheus kann dann diese Alerts an den Alert Manager schicken und der wiederum ist dafür zuständig, dass die Alerts auch zu mir kommen, zum Beispiel via Pushover oder Pager Duty oder ganz altmodisch E-Mail, IAC, Slack, was auch immer. Das ist alles im Alert Manager integriert. Was ich noch interessant finde und wichtig zu erwähnen, ist, dass Prometheus stabil und standalone ist und ich habe in Klammern dazu geschrieben, keine Dependencies, das kann man jetzt natürlich ein bisschen nitpicky sein und sagen, aber die Libzee und so weiter. Tatsächlich sind Go-Programme für diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, statisch kompiliert, das heißt, alle Go-Dependencies, die da so dabei sind, sind dann letztendlich in einem großen Binary. Das heißt, Prometheus an sich, wenn ich das deployen will auf einem Server, ist einfach ein SCP von dem Binary auf den Server und das Config-Fall dazu fertig. Natürlich kann man es auch in Docker laufen lassen, dann hat man Docker als zusätzliche Dependency, aber mein Punkt ist eben, all diese Sachen, die ich gerade angedeutet habe, die Prometheus macht, das sind alles keine Groundbreaking Revelations, also nichts Neuerfundenes. Das sind alles Sachen, die es auch vorher schon gab. Es gab schon Time Series Databases wie OpenTSDB oder InfluxDB. Es gibt Nagios, um so Sachen zu überwachen und so weiter. Aber das Schöne an Prometheus ist eben, dass es das alles in so ein kleines, handliches Package verpackt und dass es meiner Meinung nach genau die richtigen Features nimmt und die dann miteinander so kombiniert, dass man damit sehr mächtige Sachen basteln kann. Und ich hoffe, dass ich euch innerhalb des Vortrages jetzt noch ein bisschen da einen Einblick geben kann, was ich damit meine. Schauen wir uns mal die Datentypen an, die wir zur Verfügung haben. Den Counter, also den Zähler, haben wir ja gerade schon gesehen in unserem Beispiel. Ein Zähler ist immer nur steigend. Und der eignet sich dafür, also damit zum Beispiel für Requests, also was immer nur mehr wird. Das Schöne an den Zählern ist, dass Overflows und Restarts automatisch von Prometheus für mich abgenommen werden. Das heißt, wenn ich meinen Server neu starte, dann ist das gar kein Problem. Oder wenn der Int64 überläuft, dann ist das auch kein Problem. Dann gibt es Gauges, die sind zu benutzen für beliebige Werte, die hoch oder runter gehen könnten. Zum Beispiel die Anzahl an Goroutinen, sowas wie Threads, die gerade laufen. Oder die Temperatur von irgendeinem Sensor oder sowas. Das wäre eine Gauge. Dann gibt es Histogramme, die sind aggregierbar und haben feste Buckets. Und dann gibt es noch Summaries. Das ist quasi das Gleiche, aber man kann beliebige Quantiles berechnen. Also man muss vorher nicht festlegen, welche Buckets es gibt. Kann sie dafür aber nicht aggregieren. Das heißt, je nachdem, welches von beiden man einsetzen möchte in seinem Dashboard, muss man entweder das eine oder das andere wählen. Was verstehst du denn für das Bucket? Bucket ist sowas wie, wenn du angenommen, du willst messen, die Latenz von HTTP-Requests, dann müsstest du, wenn du feste Buckets brauchst, definieren, okay, es könnte jetzt sein, dass der zwei Sekunden dauert, vier, sechs, acht, zehn und so weiter. Und dann siehst du auch nur mit dieser Granularität Werte in deinem Histogramm. Gut, dann gibt es Labels. Labels sind dafür da, dass man aus einer Metrik ganz viele Gleichartige machen kann. In dem Beispiel von gerade eben, den Query-Counter, den wir hatten, da möchte man jetzt vielleicht wissen, okay, jetzt weiß ich, wir kriegen vielleicht, sagen wir, 2000 Queries die Stunde oder so. Aber wie viele Queries davon sind denn erfolgreich und wie viele Schlagen fehl? Jetzt könnte man sagen, okay, dann definiere ich halt Queries successful und Queries failed, aber besser ist es eigentlich, wenn man ein Label einfügt dafür, ganz einfach, weil man dann mächtigere Rules schreiben kann später. Und wie das funktioniert, ist, man ergänzt die Definition, man ändert sie von New Counter auf New Counter weg, für Vektor und dann schreibt man hier, wie die verschiedenen Labels heißen sollen. In diesem Fall ist es einfach ein Label namens Code. Das wäre also der HTTP-Status-Code und hier unten habe ich dann noch ein Beispiel Queries.withLabelValues benutzt man, um zu sagen, dass der Counter mit folgenden Werten für die Labels in der richtigen Reihenfolge inkrementiert werden soll. Man kann auch Labels fest konfigurieren für bestimmte Targets. Das heißt, ich könnte sagen, ich habe hier insgesamt zehn Server. Die ersten drei davon sind unsere Staging-Umgebung und die restlichen sieben sind unsere Production-Umgebung. Und damit kann man dann später aggregieren oder Dashboards auftrennen oder sowas. Dann gibt es Rules und Rules sind eigentlich nichts anderes als automatische Queries. Also sowas, wie wir auch gerade eben gemacht haben, nur, dass die eben automatisch ablaufen. Und wozu das gut ist, sind zwei Sachen hauptsächlich. Zum einen Vorberechnen. Man kann also damit deutlich schnellere Dashboards haben, wenn nicht eben für jeden Datenpunkt eine Berechnung ausgeführt werden muss, sondern Prometheus einfach die Daten wiedergeben kann. Und zum anderen für modulare Rule-Files, damit man also das quasi nennt, ein Abstraktionsmittel. Und als Beispiel für so eine Abstraktion habe ich hier persistierte Nachrichten über alle Notes genommen. Das ist ein Beispiel aus Robust-RC, wo wir drei verschiedene Knoten haben. Und ich möchte jetzt wissen, ob das Netz noch Fortschritt macht. Aber da interessiert es mich nicht, welcher Knoten von den drei Knoten Fortschritt macht. Und es könnte irgendeiner davon sein. Aber es ist immer nur einer. Das heißt, es gibt immer einen Leader und der schreibt neue Nachrichten. Und deswegen habe ich jetzt hier folgende Regel. Also wenn ich das abbilden möchte in Prometheus, dann nehme ich also die Rate von Commit Count. Commit Count ist einfach mein Counter, der anzeigt, wie viele Nachrichten committed wurden. Ich sage, ich möchte eine Rate haben. Das ist eine Pro-Sekunden-Rate. über ein Zeitfenster von den letzten fünf Minuten. Und dann summiere ich das und ich summiere es so, dass nur noch das Job-Label übrig bleibt. Das heißt, wenn wir noch mal kurz zurückgehen, damit das vielleicht ein klein bisschen mehr Sinn ergibt, wenn wir uns die Queries noch mal anschauen, sieht man hier, es gibt Job, das ist eh-demo. Und dann gibt es Instance. Und Instance ist das tatsächliche Ziel, was konfiguriert wurde. Das heißt, bei Robust-RC hätte ich eben hier dann drei Einträge. Job wäre jeweils Robust-RC, aber Instance wäre jedes Mal eine andere Adresse. Das heißt, wenn ich aggregieren möchte, möchte ich, dass das Instance-Label wegfällt am Ende und aufsummiert wird, aber das Job-Label noch da bleibt. So, das kann man hier im Übrigen auch mal machen. Also, wenn ich hier Queries auf Rate Queries fünf Minuten setze, dann kann man sich hier den Graph anschauen und sieht dann, okay, die meiste Zeit ist nichts passiert. Dann habe ich ein paar Mal die Seite refreshed und jetzt bin ich die ganze Zeit am Reden, da passiert auch wieder nichts. Also, so würde das aussehen, wenn man tatsächlich eine Funktion evaluiert. So, und in dieser Regeldefinition würde also gesagt, erzeug mir eine neue Time Series aus diesem Ausdruck und die bekommt dann den Namen Job-Committed-Rate-Five-Minute-Sum. Die Doppelpunkte haben nichts weiter zu bedeuten, das ist einfach eine Naming-Convention, die ich benutze. Gut, und das letzte Konzept, was noch zu erklären bleibt, sind Alerts. Mit einem Alert kann man, wie schon gesagt, einen Ausdruck haben und wenn der auf einmal wahr wird, dann wird ein Alert geschickt, der einen dann erreicht. Das Beispiel, was ich hier gewählt habe, ist Capacity not n plus one. Die Idee ist, dass man eine bestimmte Kapazität hat, die auf jeden Fall vorhanden sein muss, das ist n, und dann möchte man noch mehr Instanzen haben für Redundanz, das sind dann die plus one oder plus two. In unserem Fall haben wir ein Netz bestehend aus drei Knoten, wie gesagt, und zwei Knoten sind wichtig, damit das Netz noch funktioniert, und der eine Knoten ist für Ausfallsicherheit. Das heißt, in unserem Fall hätten wir eine Capacity von n gleich zwei plus one, also drei. Und wie ich das jetzt implementiert habe, ist, ich habe eine Timeseries genommen, die Prometheus für mich erzeugt. Das ist die sogenannte Up Timeseries, und die wird automatisch erzeugt. Die beinhaltet einfach, ob das Ziel, was ich angegeben habe, gerade erreichbar ist. Das können wir uns mal kurz noch anschauen. Wenn ich hier einfach Up eingebe und dann auf Konsole gehe, dann sieht man hier, es gibt Up für die Instance und den Job, und das ist einfach eins. Das ist eine ganz einfache Timeseries. Und die wird also verglichen mit dem Wert eins, und dann wird das Resultat gezählt. Das heißt, ich habe hier zuerst mal ein paar Werte in meiner Timeseries, und ich wandle das durch Count in einen Skalar um, also einfach in einen Zahlenwert. Und den vergleiche ich dann mit drei, und wenn das weniger als drei ist, dann feiert eben dieser Alert. Dann gibt es hier diese Vordirektive. Damit wird gesagt, dass der Alert zwar, wenn er wahr wird, wird er sofort, also der geht sofort in den Status Pending, aber für die nächsten 30 Minuten bleibt er erstmal in Pending, und erst danach geht er in Active und wird tatsächlich ausgelöst. Und damit kann man so False Positives recht gut vermeiden. Also wenn ich zum Beispiel nur ganz kurz, wenn nur ganz kurz die Kapazität verringert würde, sei es, weil ich zum Beispiel gerade einen Reboot mache, oder es sonstige Planned Maintenance gibt an dem Server, um den es gerade geht, dann würde zwar der Alert aktiv werden, aber er würde noch nicht feiern. Da braucht er eben erst 30 Minuten dafür. Hier will man so eine Balance finden zwischen, ich möchte früh genug benachrichtigt werden, aber ich möchte auch nicht die ganze Zeit benachrichtigt werden, wenn es um Sachen geht, die sich automatisch wieder einkriegen. Dann kann man noch Labels setzen, das ist jetzt in unserem Fall nicht so interessant, und Annotations. Annotations sind quasi das gleiche wie Labels, aber man kann nicht darauf filtern, und da kommen diese langen Beschreibungen rein, die dann letztendlich nur für Menschen sind, also für Dashboards und die Alerts, die man tatsächlich auf sein Telefon bekommt. In unserem Fall wird eben eine Summary festgelegt und eine Description, also der Titel der Notification wäre das auf meinem Telefon, wenn ich eine Push-Notification bekäme, dann würde er sagen Capacity less than N plus 1, und in der Description habe ich dann einen Text reingetan, in dem ich auch gleich versuche zu sagen, was da eigentlich gemacht werden soll, nämlich man muss halt einen Knoten ersetzen, reparieren oder was auch immer. Gut, jetzt kommen wir schon gleich zur zweiten Demo. Ich möchte kurz zeigen, wie man so einen Alert einrichten würde. Wir haben ja gesehen, also die Ausgangslage ist, das Prometheus haben wir jetzt gerade aus einem Docker-Container gestartet, und jetzt möchten wir mal einen Alert hinzufügen. So, jetzt gehen wir also in unserer Konfigurationsdatei hier ein bisschen nach oben, kommentieren das aus und sagen, okay, zusätzlich zu dem Config-File an sich lädst du mal bitte Rules.Rules. So, jetzt gehen wir in die Datei rein, sagen, Alert Demo, if Rate Queries kleiner 0.1 vor, sagen wir, 30 Sekunden, Annotations und hier sagen wir dann Summary Demo Description Demo. Okay, probieren wir das mal aus. Soweit so gut. Jetzt können wir hier wieder auf die Status-Seite zurückgehen. Wir sehen jetzt hier unten auch, die Rules-Definition hat er übernommen, soweit auch ganz gut. Und jetzt kommen wir auf eine neue Seite namens Alerts und hier sieht man jetzt auch schon, der Alert wurde evaluiert. Die Rate ist tatsächlich kleiner 0,1, weil ja gerade niemand auf den Demo-Server zugreift und der Alert ist aber noch im Status Pending, wie ich gerade erklärt habe. Und nach 30 Sekunden, also wenn dann Prometheus das nächste Mal diesen Alert evaluiert, dann wird der wechseln in den Status Firing. Genau, hier sind wir. Es steht hier State Firing und jetzt würde er dann tatsächlich gesendet, aber dadurch, dass wir keinen Alert Manager konfiguriert haben, geht der noch nicht wirklich raus. Also der läuft jetzt ins Nichts. Aber was ich mit der Demo eben zeigen wollte, ist, wie schön einfach das ist, einen Alert zu definieren, einfach auf Basis von einer Freitext-Query, was wir uns gerade überlegt haben. So. Okay, so weit, so gut. Jetzt wissen wir also, oder jetzt haben wir gesehen, wie man das machen kann für Software, die man selber unter Kontrolle hat. Die Library im Übrigen gibt es nicht nur für Go, obwohl Prometheus auch in Go geschrieben ist, sondern für ganz viele verschiedene Sprachen. Also höchstwahrscheinlich ist das, was ihr programmiert, schon abgedeckt. Könnte aber sein, dass es noch keine gibt. Wie ist es aber bei Software, die man nicht unter der eigenen Kontrolle hat, also bei Drittsoftware. Hierfür gibt es verschiedene Lösungen. Zum einen gibt es den sogenannten Node-Exporter. Das hat nichts mit Node.js zu tun, sondern ist im Sinne von Knoten gemeint. Und der exportiert einfach grundlegenden Systemzustand, sowas wie Festplattenbelegung, Speicher und so weiter. Bisschen ähnlich wie das, was wir vorhin auch schon gesehen haben in dem Slash-Metrics-Endpoint, was Prometheus uns automatisch konfiguriert hat. Aber das Slash-Metrics, was wir gesehen haben, war eben auf Prozessebene und der Node-Exporter ist eben auf, sozusagen VM-Ebene oder eben Betriebssystem-Ebene. Man kann also diesen Node-Exporter laufen lassen und dann konfiguriert man den in Prometheus als einen Endpunkt und dann kriegt man Informationen über das System. Es gibt zusätzlich eine StatsD-Bridge, die liest einfach Daten von StatsD ein und exportiert sie nach Prometheus. Das haben die Leute von Soundcloud deswegen geschrieben, weil sie ursprünglich StatsD benutzt haben und dann aber auf Prometheus gewechselt sind, so nach und nach. Wenn ihr also einen Monitoring-Setup habt, von dem ihr wegwechseln möchtet auf Prometheus, dann wäre das vielleicht ein Weg, sei es jetzt StatsD oder vielleicht gibt es dafür eine andere Bridge oder einen anderen Exporter oder sowas. Für ganz viele gebräuchliche Software wie zum Beispiel Redis, MySQL, DJVM und viele andere gibt es schon fertige Exporte. Das heißt, die könntet ihr einfach nebenbei laufen lassen, sofern das Programm, was ihr untersuchen möchtet eben oder was ihr monitoren möchtet, nicht selber schon Prometheus-Support mitbringt. Da gibt es auch eine Liste auf der Webseite, welche Programme das sind. Da gibt es tatsächlich immer mehr, die das schon von Haus aus eingebaut haben. Und zu guter Letzt gibt es noch einen recht interessanten Exporter, das ist der sogenannte Blackbox-Exporter. Der Name kommt daher, dass man im Monitoring unterscheidet zwischen Whitebox und Blackbox-Monitoring. Whitebox ist alles, bei dem man den Systemzustand quasi direkt von innen sehen und abfragen kann und Blackbox ist alles, wo man sagt, naja, für mich ist das so eine Blackbox und von außen schaue ich, ob das noch so passt. Und was der also macht, ist, der schickt Anfragen, grob gesagt. Also der kann zum Beispiel HTTP-Anfragen schicken, der kann TCP-Verbindungen aufmachen, der kann SMTP schicken und so weiter. Das heißt, der wiederholt, also jede Minute oder so, wie auch immer man den konfiguriert, probt der den Systemzustand und exportiert dann das Ergebnis. Das heißt, auf diese Art und Weise kriegt man Sachen in Prometheus rein, die eher aktiv sind statt passiv. So, jetzt hatte ich ja gesagt, wir schauen uns noch ein paar Rules an, damit ein bisschen diese Mächtigkeit von den Rules rüberkommt. Und das Beispiel, was ich jetzt hier anbringen möchte, ist der Leader-Wechsel. Wie gerade eben schon angedeutet, in Robust-RC gibt es drei verschiedene Knoten und zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist nur einer davon der Leader. Jetzt kann es allerdings so sein, dass der Leader häufig wechselt, also dass ein anderer Knoten sagt, hey, ich bin jetzt der Leader. Und wann immer das passiert, ist das eigentlich eine Fehlkonfiguration oder irgendein anderes Problem. Zum Beispiel könnte es sein, dass mein Timer zu aggressiv eingestellt ist und meine Netzverbindung schlecht ist und deswegen verlieren die den Kontakt miteinander und dann gibt es wieder eine neue Election und dann wird der andere Leader. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, informiert zu werden, wenn es zu viele Leader-Flaps gibt. Und wie man das jetzt machen kann, ist, ich habe hier eine Variable oder eine Metrik in Prometheus-Terminologie namens Raft ist Leader. Die frage ich ab, ich filtre hier auf Job gleich Robust-RC, damit ich auch mehrere Jobs in einer Prometheus-Instanz laufen lassen kann, zum Beispiel mehrere Systeme, die auf Raft basieren, so würde ich die auseinanderhalten. Und dann nehme ich hiervon die erste Ableitung, schaue also, wie die Veränderung ist, nehme den Absolutbetrag und summiere das dann auf wieder genauso wie vorhin, sodass nur noch das Job-Label übrig bleibt. Das heißt, man schaut hier nicht auf individuelle Knotenbasis, sondern insgesamt gesehen auf das ganze Robust-RC-Netz. Am Anfang hatte ich jetzt die Regel einfach nur so definiert. Und das Problem war, dass die dann manchmal gefeiert hat, dabei war eigentlich gar kein Problem da, sondern was ich damals gemacht hatte, ist, ich hatte einfach zum Beispiel eine neue Software-Version eingespielt und eine neue Software-Version einzuspielen funktioniert so, dass man das neue Binary kopiert und dann den Server neu startet. Und das sorgt natürlich für einen Leader-Flap, wenn der Server, den man gerade neu startet, zu dem Zeitpunkt der Leader war. Deswegen hatte ich also immer, wenn ich eine neue Version aktualisiert hatte, habe ich eine Nachricht auf mein Telefon bekommen und das ist natürlich nicht der ideale Zustand, sondern für Routine-Operationen will man nicht benachrichtigt werden. So, was ich also mir dann überlegt habe, ist, ich schaue einfach, ob die Zeit, also der Zeitstempel, der Unix-Timestamp zum Zeitpunkt der Regel-Evaluation minus die Startzeit des Prozesses größer ist als fünf Minuten. Das heißt, damit wird geschaut, ob der Knoten schon länger als fünf Minuten läuft. Dann sage ich hier Count Scaler und schaue, ob das größer gleich drei ist. Das heißt, das komplette Netz muss seit fünf Minuten laufen. Das heißt, im mentalen Modell kann man sich das so vorstellen, wenn ich einen Update einspiele, dann wird das Netz erst instabil gemacht und dann gibt es so fünf Minuten Zeit, in der sich das wieder stabilisieren kann und danach erst schaue ich wieder mit meinem Monitoring, ob es da Leaderflaps gibt. Durch die Multiplikation hier kann man halt einfach, also das hier evaluiert entweder zu null oder zu eins und durch die Multiplikation werden dann die beiden aneinander geknüpft sozusagen. So, das zweite Beispiel, was ich noch anbringen möchte, ist Verfügbarkeit. Verfügbarkeit bedeutet in dem Fall, ein Robust RFC-Netz ist verfügbar, wenn es genug Knoten gibt, die entweder Leader oder Follower sind. Wenn alle Knoten im Zustand Candidate sind, dann bedeutet das, dass die versuchen, einen Leader unter sich auszumachen, aber das nicht gelingt, zum Beispiel weil es zu wenig Knoten gibt, die momentan noch laufen können. Und ich habe dann eine neue Variable eingeführt, also eine neue Metrik namens SecondsInState und die hat ein Label namens State, das ist entweder Leader, Following oder Candidate und dann wird hier geschaut mit dem Regex-Operator, ob das entweder Leader oder Follower ist, dann wird davon die PerSecondRate genommen und dann wird hier wieder aufsummiert, diesmal nach Job und Instance. Diesmal müssen wir überhaupt erst aufsummieren, weil SecondsInState eben mehrere Einträge haben kann, aber diesmal lassen wir das InstanceLabel drin, also diesmal sind wir interessiert an einem Pro-Knoten-Punkt. Und dann wird das geteilt durch SecondsInState auch wieder aufsummiert und jetzt fragt man sich vielleicht, warum muss das eine durch das andere geteilt werden und die Antwort ist, wenn ich nur auf das eine schaue, dann ist das zwar so, dass SecondsInState jede Sekunde aktualisiert wird über eine Go-Routine, die bei mir im Hintergrund läuft, aber es gibt natürlich unweigerlich so einen kleinen Drift, weil wir hier von mehreren verschiedenen Computern reden, die über das Netz miteinander gekoppelt sind und vielleicht ist gerade ein anderer Prozess busy auf meinem Server und dann wird halt der Scheduler nicht meine Go-Routine dran nehmen können. Das heißt, unweigerlich driftet das so ein bisschen auseinander und dann ist die Availability halt nicht immer 100%, sondern knickt manchmal so ein bisschen ein auf 99,95% und dann kriege ich einen Alert. und deswegen teile ich hier das eine durch das andere, damit SecondsInState quasi angibt, wie viele Sekunden gerade in einem Scrape-Intervall passiert sind und das muss nicht notwendigerweise genau die gleiche Zeit sein wie auf dem Monitoring-System. Also das ist ein bisschen tricky, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, dann Alerting-Philosophie, da gibt es einen super Artikel drüber. Ich habe den hier auf den Folien verlinkt, der heißt My Philosophy on Alerting und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Die zwei Sachen, die ich rausgreifen möchte und die ich hier vorstellen möchte, sind zum einen soll man nach, auf Symptome schauen, nicht auf die Ursachen. Was man damit meint ist, dem Nutzer ist eigentlich egal, was die Ursache von einem Problem ist, aber euch ist es wichtig, dass der Nutzer zufrieden ist. Das heißt, angenommen, ihr habt irgendwie eine Webseite, sagen wir ein bekanntes Blog und das benutzt irgendwie eine SQL-Datenbank im Hintergrund, dann wäre ein Symptom, die Webseite funktioniert nicht mehr, die liefert 500er aus. Und eine Ursache dafür könnte sein, die Datenbankverbindung kann nicht mehr aufgebaut werden, weil die Datenbank gecrashed ist. Oder die Ursache könnte sein, die Festplatte ist voll und Temp-Dateien können nicht mehr angelegt werden. Solche Sachen. Und das Problem ist aber, Ursachen gibt es quasi unendlich viele. Es kann ja alles Mögliche schief gehen. Symptome gibt es nicht so viele. Und der Punkt ist eben, dass ein Alert einen gewissen Overhead hat. Also ein Alert muss gewartet werden. Bei dem kann es eben sein, dass er zu häufig feuert, wie wir in den Beispielen gerade gesehen haben. Das sollte also wohl bedacht sein, trotz der Tatsache, dass es so einfach ist, einen neuen Alert hinzuzufügen. Und angenommen, man monitort die Ursachen und irgendwas Gravierendes geht falsch. Also zum Beispiel der Server ist einfach komplett abgestürzt. Dann könnte es sein, dass man irgendwie zehn verschiedene Alerts bekommt, die alle zwar wahr sind, aber die alle in dem Fall nicht interessieren. Weil das System ist halt eigentlich, die Website geht nicht mehr. Also eigentlich will man da sozusagen genau das monitoren, was der Benutzer auch sehen würde. Und der andere Punkt, den ich sehr interessant fand, ist, dass Alerts actionable sein müssen und nicht automatisierbar. Das heißt, man muss ja unterscheiden. Actionable bedeutet, wenn man den Alert bekommt, dann muss man auch in der Lage sein, was zu machen. Und nicht nur, man bekommt einen Alert und der sagt einem, irgendwas ist kaputt und das stimmt, irgendwas ist kaputt, aber man kann halt trotzdem nichts machen. Und das andere ist, es darf auch nicht automatisierbar sein. Also es darf nicht sein, dass man einen Alert bekommt und dann weiß man genau, ah, jetzt muss ich hier wieder irgendwie den Prozess neu starten, sondern sollte man sich fragen, warum habe ich nicht dem Computer beigebracht, dass er den Prozess automatisch neu startet, wenn der denn tatsächlich so fehlerbehaftet ist und die Fehler nicht gefixt werden können. Also da muss man genau die richtige Balance finden, damit man es überhaupt quasi rechtfertigen kann, dass hier Menschen Alerts bekommen und aus all dem rausgerissen werden, was sie gerade machen. Also das, das finde ich, sind interessante Punkte und interessante Philosophie und der Artikel hat noch mehr davon. Also das möchte ich euch empfehlen zu lesen. Gut, zu guter Letzt schauen wir uns doch noch mal ein bisschen Dashboards an. Was wir bislang schon gesehen hatten, war einfach diese Prometheus-Seite mit den Graphs, aber das ist ja mehr so für die interaktive Evaluation. Also hier kann ich irgendwie Queries reintippen und dann kriege ich meinen Graph. So weit, so gut, aber das ist ja kein sinnvolles Dashboard, wo ich einfach drüber browsen kann. Und was ich hier jetzt rausgegriffen habe, ist das Dashboard für Robust-RC, was ja auch schon die ganze Zeit als Beispiel herhalten muss. Hier habe ich jetzt ein recht ausführliches Dashboard. Ich kann mal so ein bisschen durchgehen und das ein bisschen zeigen. Wir nehmen mal, also hier zum Beispiel sieht man diese Network Availability. Das war die Geschichte, die ich gerade vorgestellt habe. Diese Regel, die bleibt recht stabil und wenn die auf dem stabilen Wert bleibt, dann ist das Netz wunderbar verfügbar. Hier sieht man den aktuellen Leader. Hier sieht man auch, dass es hier immer nur einen geben kann und dass die Linie sich aber wechselt. Das heißt, man sieht hier, okay, um 17.08 gab es einen Leader-Wechsel. Vorher war es ALP und jetzt ist es DOC0. So weit, so gut. Dann habe ich hier zum Beispiel noch Graphen für CPU Seconds Per Second, also wie sehr die verschiedenen Prozesse die CPU auslasten. Da sieht man also immer, okay, so ungefähr 9 Uhr, dann 11 Uhr, dann und so weiter. Also in diesem Intervall machen die jeweils was. Für diejenigen, die sich fragen, was das ist, das ist die sogenannte Compaction, bei der alte Nachrichten rausgelöscht werden aus dem Working Set. Dann sieht man hier Process RSS, also wie viel Speicher verbraucht wird. Da kann man das ein bisschen vergleichen. Da würde man also sehen, wenn irgendwie ein Prozess, der lange läuft, auf einmal mehr Speicher verbraucht, dann könnte man da vielleicht einen Memory League diagnostizieren oder sowas. Außerdem ist es ganz praktisch zu wissen, wie viel Speicher der Prozess verbraucht, einfach auch damit man schauen kann, zum Beispiel wenn man eine VM Provision, wie viel Speicher möchte ich darin geben. Uptime ist auch ganz interessant, das ist hier die Geschichte mit dem Unix Timestamp, wann der Prozess gestartet wurde, also die Definition hier und da kann ich vielleicht mal reingehen und das zeigen. Ah, okay, ich könnte es zeigen, wenn ich eingeloggt wäre. Muss mal kurz schauen, ob ich das hier gespeichert habe und ob es geht. Das ist einfach Time, Minus und dann die Metric und man sieht hier, dass das hier so einmal nach unten gegangen ist, also hier oben steht es auf fünf Wochen und dann ist es hier nach unten gegangen und was da passiert ist, ist, dass Doc0 hat einfach neu gestartet und Doc0 ist ein Docker Host von mir, der auf CoreOS läuft und CoreOS hat diese automatischen Reboots, das heißt, der rebooted einfach irgendwann mal und die anderen Knoten halt nicht, weil die nicht auf dem Betriebssystem laufen. Genau, und dann gibt es noch ein paar mehr Graphen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte, aber ich finde, die Takeaways sind eben, dass Grafana ein sehr ansprechendes Dashboard ist. Es ist sehr einfach zu konfigurieren und auch sehr dynamisch. Es integriert sich gut mit Prometheus, das heißt, ich kann einfach mein Query, genauso wie ich es in der Prometheus-Seite an sich eingegeben hätte, in Grafana hauen und dann evaluiert er das und man kann das schön gestalten. Also vorher hatte ich mich auch noch mit anderen Dashboarding-Lösungen auseinandergesetzt. Es gab früher Promdash, was von dem Prometheus-Projekt selber war und es gab auch noch so eingebaute Console-Templates und so was, aber Grafana ist eigentlich der Platz hier schon. Das hat, soweit meine Interpretation, jetzt alles verdrängt, was es sonst so an Alternativen gab. Ist auch recht ähnlich vom Konzept her, also ist auch in Go geschrieben, ist auch ein einfaches Binary, was man deployen kann und gibt eine einfache Konfiguration. Die Dashboards kann man alle als JSON-Dateien exportieren. Das heißt, wenn man ein Projekt hat, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Robust-RC, kann ich da in einem Contrib-Folder einfach direkt auf GitHub, meine, direkt in dem Git-Repository meine, meine, meine Dashboards in JSON-Form mitliefern, dass die Leute dann einfach sagen können, okay, wenn ich jetzt auch mit Prometheus das System monitoren möchte, kann ich auch einfach das Dashboard importieren. Genauso wie sie dann auch die Prometheus-Rules-Files und Config importieren können. Gut, das war's soweit auch schon. Prometheus.io ist die Webseite, auf der ihr alles findet. Dort gibt's nicht nur ansprechend gestaltete Dokumentationen, Einstieg, Blogposts und so weiter, sondern auch Links zur Community. Die Community finde ich ausgezeichnet. Es ist ein sehr lebhaftes Open-Source-Projekt. Die Leute sind freundlich. Wenn man Full-Requests oder Feature-Requests schreibt, dann wird da auch recht flott drauf geantwortet. Das macht also Spaß, da mitzuarbeiten und das System zu dem zu machen, was man gerne hätte. Und jetzt haben wir noch eine ganze Menge Zeit für Fragen und Antworten. Direkt hier vorne ist die erste Frage. Ich habe zwei Fragen und zwar, erstens, hast du schon mal Nagios verwendet und gibt's da Unterschiede, wo du sagst, das ist besser oder schlechter für die Vergleichsmöglichkeiten. Das war das Erste. Und das Zweite war, du hast Third-Party-Plugins geschrieben. Inwieweit sind die gut gewartet? Weil speziell die wären interessant für mich, wenn ich sage, ich will jetzt wirklich Sachen, die ich nicht unter Kontrolle habe, überwachen. Ja. Ich beantworte zuerst das Zweite. Ich finde, die sind recht ausführlich und funktionieren gut. Üblicherweise schreibt man die einmal und dann müssen sie meistens nicht mehr angefasst werden, weil es doch eigentlich alles recht High-Level ist. Ich habe aber auch von jemandem gehört, dass die das Monitoring-System gewechselt hatten auf Prometheus und begeistert waren davon, wie ausführlich eigentlich die Daten sind, die sie jetzt über bestehende Prozesse wie eine MySQL-Datenbank oder eine JVM bekommen. Also die scheinen schon recht ausführlich zu sein. Ich würde behaupten, wenn du Technologie benutzt, die auch von Soundcloud oder Docker oder anderen großen Firmen, die da beteiligt sind, benutzt wird, dann hast du natürlich bessere Karten, dass das gut gemachte Sachen sind. Aber wie gesagt, gerade auch zum Beispiel bei dem Blackbox-Exporter habe ich Erfahrung drin, der ist auch von dem Prometheus-Projekt selbst initiiert, hatte dann aber auch nicht alle Features, die ich gerne haben wollte. Ich habe einfach Pull-Requests geschickt und jetzt hat er sie. Also das ist recht unkompliziert auch, die zu erweitern. Die erste Frage war bezüglich Nagios. Ich habe Nagios selbst nie sozusagen in Production ausführlich und lange verwendet. Ich habe es immer nur mal kurz mir angeschaut, aufgesetzt, ein bisschen rumgespielt. Ich fand Nagios immer kompliziert und schwierig aufzusetzen und ich fand, dass die Qualität von den Plugins ein bisschen wechselhaft war. Im Großen und Ganzen bevorzuge ich Prometheus, aber das könnte einfach nur sein, weil ich halt mit dem Modell deutlich vertrauter bin. Also für mich ergibt es Sinn, dass ich quasi diesen Whitebox-Ansatz habe und wie das alles zusammenspielt und ich fühle mich einfach deutlich wohler damit, dass Prometheus so self-contained ist auch. Aber jetzt mit dem aus dem Weg würde ich generell sagen, wenn du damit Erfahrung hast, dann schaust du dir lieber selber an und wenn du für dich abwägen möchtest und in dem Vortrag wollte ich eigentlich absichtlich keine Comparison machen zwischen den beiden, kein Vergleich, sondern eher zeigen, was Prometheus kann und dann darf man selber ein Urteil treffen, ob das eine oder das andere besser geeignet ist. Da hinten gab es eine Frage. Hi, gibt es für Prometheus kommerziellen Support? Genau, es gibt so eine Consulting-Firma, die welche von den Hauptentwicklern gegründet haben mittlerweile und soweit ich das verstehe, bieten die kommerziellen Support dann, ja. Da vorne ist noch eine Frage. Hat Prometheus im Alerting Service Dependencies für, wenn Service A nicht erreichbar, dann alerte auch nicht die anderen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube so direkt nicht. Du könntest natürlich Dependencies so abbilden, dass du sagst, dass deine Conditions einfach jeweils gekoppelt sind. Also, dass du schaust, Condition zum Beispiel, was wäre ein gutes Beispiel. Mir fällt jetzt tatsächlich kein gutes Beispiel ein, aber wenn du dir nochmal schaust, dir nochmal anschaust. Ja, ich glaube für Networkdown, naja, wenn Networkdown ist, dann wird auch kein Alert rausgehen. Also, der Punkt ist, hier in dieser If-Bedingung könntest du natürlich einfach irgendwie das koppeln mit und, und, ab und dann der jeweilige Dienst. Also, wenn zum Beispiel der Knoten gar nicht erreichbar ist, dann diesen Alert nicht triggern oder sowas. Ich denke, darüber ginge das, aber da müsste man nochmal genauer nachdenken über den konkreten Anwendungsfall. Und vielleicht noch, hast du Erfahrungen mit Influx? Ja. Kannst du ganz kurz sagen, was, wo du Prometheus vorne siehst? Bei Prometheus ist dieses ganze Plumbing, also diese ganze Infrastruktur, um nicht nur eine Time-Series-Database zu haben, sondern auch mächtige Queries zu haben und Alerting zu haben und einen Ingress, also, dass Daten in das System reinlaufen. Das ist alles schon da. Und das sind alles Sachen, die ich vorher, also ich hatte tatsächlich vorher eine Monitoring- und Alerting-Lösung gebaut mit InfluxDB und da hatte ich eben so einen Importer geschrieben dafür und dann, äh, die Query-Language war immer so ein bisschen, gerade so ein bisschen nicht mächtig genug. Ähm, also ich bin dann oft an die Grenzen gestoßen, äh, und das war alles schwierig. Und mit Prometheus merkt man halt richtig, das System ist für den Anwendungsfall gebaut und deswegen geht es auch alles deutlich leichter von der Hand. Gibt's noch weitere Fragen? Ansonsten, falls euch noch Fragen einfallen, ich laufe auch noch die ganze Zeit auf der Veranstaltung rum, also ihr könnt mich gerne auch noch so fragen. Oder wie gesagt, die Community ist sehr freundlich und hilft euch auch gerne. Und, äh, damit möchte ich auf den Weg geben, schaut's euch mal an, es macht echt Spaß und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus Applaus